Jo Leute, zurück bei Family Guy und wir machen mit dem Story Mode weiter. Fortsetzen. Wir müssten ja jetzt bei der zweiten Mission angelangt sein. Ich muss zugeben, ich hab das jetzt schon wieder ein bisschen nicht gespielt, weil ich irgendwie jetzt House Park gespielt hab die ganze Zeit. Hey, y'all need anything yet? No! Okay, bye. Alright Stewie, where are we? According to the Multiverse Remote, in this universe, oil supplies were exhausted. The only people who were able to sustain themselves were the Amish, because they weren't reliant on technology. What would Bertram want with the Amish? Brian, shh! Bertram's still here! Gentlemen, your people are known for making goods that are built to last. What I need from you is a weapon the likes of which no one has ever seen! I'm afraid we cannot help you, unattractive infant. You see, the Amish are not a violent people. Well, I have something here that might change your mind. I happen to know that you've depleted all of your forests, so I've engineered these rapid-growth tree seeds that will supply you with all the wood you'll ever need! The elders have spoken, mostly of wood hats and beards. But nevertheless, we shall build your weapon. Terrific! Oh, one more thing. These two might try to stop you. If you see them, I want you to shoot to kill. Seriously? Of all the stunning pictures I've taken over the years, that's the one he gives them? Brian, we're taking all of those down. It is settled. We have a deal. Ah, ha, ha, ha! Stewie Griffin, prepare to be destroyed! Okay, wir können spielen. Und natürlich war es mal wieder genauso abgefahren, wie es immer ist. Können wir denn da... Hä? Ach so, einfach ans Dach springen, okay. Ich habe mal nichts drin. Wir haben auch noch Granaten, sehe ich gerade. Schau, ihr werdet ihr jetzt sehen, was ihr in der Nähe sehen könnt. Wir sehen, was für die Hautfarbe sie bekommen und was nicht. Geil, ein Sniper. Wir müssen diese Scheiße holen. Scheiße, sie posten diese Bilder von uns all over the place. Und diese Bilder ist so nicht, was ich sehe. Wir müssen sie stoppen, bevor jemand sie sieht. Dann ballern wir die Arme doch mal über den Haufen. Okay, das war dumm. Komm schon, Stewie, sie wissen, wir sind hier. Geh weg! Nein! Ach, guck mal. Das hätten wir hier runterschießen können einfach. Ha! Wie geil, jetzt brennt's da? Oh, oh, oh! Töte alle Hühner? Da ist ja noch einer. Ha! Da war einer. Zählt zwar nicht als Huhn, aber egal. Das Munition. Müssen wir die jetzt hier abschießen, oder können wir auch nach unten gehen? Ah, guckt euch das an. Ich sehe gerade keine. Hier ist ein Pferd. Was scheißt. Aber sonst? Ich gehe mal runter. Vielleicht können wir ja jetzt... Ah, hier. Ist offen. Bitte. Jo, genau. Wow, diese Hühner sind tatsächlich Arbeit. Ich liebe es, aber Bertram ist ziemlich legit. Nehmen. Okay. Wir gucken uns natürlich um. Das ist so ein Typ, ey. Der ist richtig durch irgendwie. Da war noch einer. Was? Die werfen mit Hufeisen? Shit. Abflug. Ah, ich vergesse immer hier die Tasten, Mensch. Na, komm. So, den hätten wir. Stevienator. Nee, Stewie meine ich. Vögeltot. Okay. Hier hinten ist noch was. Ladenportal, okay. Kostüme. Aha, das ist geil. Oder das. Das ist richtig mega. Stewie. Okay, der hat auch diese Kostüme. Waffen. Raketenwerfer. Strahlenkanone. Gegenstände. Ach, hier sind diese Extras-Attribute. Auch Gesundheit und so können wir auch kaufen. Dann möchte ich gerne bei WAE hier mit Stewie spielen, dass sie ruhig aufhört. Okay. Dann haben wir jetzt eigentlich, würde ich mal behaupten, recht viel geholt. Ist hier noch was? Hier ist nix. Ist auch nix. Ich gucke natürlich auch wieder, ob hier irgendwo die Sachen versteckt sind oder so, aber schaut mir jetzt gerade nicht so aus. Da vorne ist ein Geldsack. Was liegt denn hier? Mais. Scheiße, überall. Geld. Bringt das überhaupt was? Ich glaube nicht. Egal, wir machen einfach kaputt. Weil die Arme schon ins Angreifen, zerstören wir deren ganzen Sachen. Oh. Oh, oh, oh. Komm her. Jetzt haben wir. Boah, habt ihr den Kopfschuss gesehen? Was ist denn das? Wabbel, Wackel. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Rennst, Stewie. Oh, da sind die Hühner. Komm, bleib hier. Mensch. Drei von zehn Hühnern. Die werden wahrscheinlich nicht überall hier rumlaufen. Oh, oh, oh. Oh. Na, Mist. Shit, hau ab. So. Dann holen wir uns den. Ich warne sie doch. Da, komm her. Kannst du es wagen. Oh, hoppa. Hä, wo ist er denn? Da. Geh down. Geh doch. Geld. Was ist das hier? Ladenportal. Schon wieder? Ich kann mal schon wieder was kaufen. Okay. Sammle das mal ein. Okay. Drei von zwölf. Ich sehe es schon kommen. Wir haben dann wieder so irgendwie insgesamt. Ach, guck mal an. Da vorne ist noch Geld. Wir haben bestimmt dann wieder irgendwie so elf bei jedem, was wir einsammeln. Außer bei den Hühnchen da. Das sind ja nur zehn. Da haben wir dann neun. Oh. Den da oben müssen wir kalt machen. Hä? Geh down. Warte mal. Hä, was soll ich denn da machen? Okay. Ich glaube, das läuft da einfach weiter. Okay, ähm, hier sind noch Sachen. Vögel. Haben ja eh genug Munition. Ist hier noch was? Nö. Hier ist alles. Da war noch ein Plakat. Ich wusste es doch. Peter? Aha. Okay, Peter ist also auch wieder am Start. Na gut, da vorne war ja auch dieser eine Opa. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, sind wir ja dann... Scheiße. Sind wir ja dann hier in so einem anderen Universum, ne? Äh, die Sonne ist geil. Wir mussten einen Weg finden, um das Fenster zu verbrechen. Vielleicht können wir diese Sniper-Tower irgendwie benutzen. Lass uns das Problem lösen, ihr alle. Geh weg. Pferd. Es geht, Pferd. Pferd. This is my gun. This is for fighting. This is for fun. Okay. Oh Gott. Da... Ah, da. Da wäre jetzt natürlich dann auch Brian wieder super. Weil er ja dieses Sniper hat. Aber wir haben ja jetzt hier die Waffe von Stewie aufgewertet. Wovon ich ehrlich gesagt sagen muss, ich jetzt nicht so viel merke. What? Ach, das war eine andere Waffe. Die Waffe ist fett. Geil. Aber die muss auch immer aufladen, sonst macht die nicht genug Schaden, okay? Wo ist denn der andere da? Bam! Hat jetzt nicht so viel gebracht. Da ist schon mehr. Nimm mal wieder das hier. Hey, lass mich wissen, ob du ein Restaurant sehen möchtest. Ich muss eine Squeege nehmen. Ist hier noch was? Nö. Amisch Farm. Hühnchen. Weg ist das Hühnchen. Ist hier noch mehr? Na, der ist schon wieder. Na super. Alles im Eimer. Aber jetzt könnten wir weitergehen. Ich möchte aber erstmal kurz das Geld einsammeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nur so wenig war. Da ist zum Beispiel noch ein Hühnchen. Shit. Wie soll ich denn das kriegen? Genau. Bleib da in der Nähe. Mann. Oh, Mist. Ich hab keinen Bock, da jetzt wieder hinzulatschen. Kann man das echt nicht von hier treffen? Wartet mal. Fuck, was war das denn? Geh weg da. Ach, ich hab hier die Fähigkeit aktiviert. Okay. Oh ja, wahrscheinlich, oder? Voll die Verschwendung wahrscheinlich. Ich hab das Hühn getroffen? Nee, das ist verbrannt. Okay, ich wollte schon sagen. Aber das war doch immer noch nicht alles. Oh mein Gott, Peter, ey, du bist so blöd. Das war's doch noch nicht. Und du bist so blöd. Und wir werden nie wissen, dass wir nie wissen, oder müssen wir in den Karaoke teilnehmen. Okay. Leben mal wieder ein bisschen frisch machen hier. Kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier draufgehe, weil ich den ganzen Scheiß hier mache. Da sind noch... Na, wohin denn, Stewie? Hier sind Granaten, die nehmen wir natürlich dankend mit. Ist hier denn nix mehr? Da ist noch Muni. Ach, hier, das ist doch dieses... Riesenhuhn, genau, Riesenhuhn. Oh, Geld. Geld ist auch immer schön. Vielleicht haben wir tatsächlich alles... ...was hier war. Ach, guck mal. Okay, zünden wir mal eben an. Munition rausgekommen. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ab geht's. Irgendwie kommt Stewie immer so... Guckt euch das an, da oben ist Geld. Wie kriegen wir das denn? Ah, so nicht. Ah, passt mal auf. Geht doch. Geld ist natürlich auch immer wichtig. Gerade wenn man sieht, was man jetzt wieder verbessern kann. Was ist das hier? Na, geht nicht kaputt. Wow. Du Sensenhaini, verpiss dich. Spinnst doch. Okay, ich würde mal sagen, ich mache kurz einen Cut, melde mich gleich zurück. Wenn wir dann die nächste Mission machen... Also, nächste Mission ist ja immer noch die gleiche, aber... ...unser nächsten Auftrag in der Mission. Bis dahin und haut rein.